hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen sie ihr seht sofort also die exo verbrechst du ich bin hier siehst mich nicht nö um das schlägt nicht auch sich immer noch nicht eigentlich okay wenn ich hab kein Schaden genau die sich auch schon ich gehe jetzt dreimal zu viel experience weil ich mir Platinum gekauft habe und das kostet 80 Euro ja und wisst ihr warum ich mir gekauft habe ihr geht mir jetzt wahrscheinlich sagen ja hättest du lieber Silber oder Gold gekauft wenn ich damit ausgehe Prozent weil es kostet dann mit 20 und Prozent 50 Euro die Fatsche aus zwei Jahren hat mich ist aber er ich wurde mir wieder keinem holen bei ihr nicht nur weil es mehr xp bekommt wenn man dann noch mehr xp bekommt sondern weil es für immer ist Gold und Silber also lieber ist die für 90 Tage und Silber und Gold Führung Prozent Prozent langfühlt habe ich glaube 411 4 die 20 20 keine Ahnung auf jeden Fall stand nur für so wenig ist nicht so wenig ist es sich nicht vieler vertreten ich habe kein Problem mehr zu kaufen und jetzt wo ich hier Prozent Premium also richtig geil diese Planung ab das für immer und nach zwei Jahren hat sich das auf jeden Fall schon ausgezahlt das hat die nun sie wollen jubel der reich warum er schon nicht zu angeben weil es auch langweilig wurde bis zu verabschiedern als überlegt Egal, ne, komm, ist scheiße. Egal. Was, was steht da, was stand da grad? Achievement Loot, find your first loot chest. Jetzt werden jetzt bei Achievements gespeichert. Du kannst auch Achievements, äh, speichern, ähm, go, castle, wave, Velenia, oder kill your first giant, oder, keine Ahnung, reach 100. Freunden, fein water, das ist immer ne total nützlich schief wird. Ohne Spaß. Ja, dieses Jumping Shunt. Kommt ihr nicht rauf? Ja. Endlich. Ich bin ein Schöpfchen. Das hast du schon alle, Gästen gelotet. Oh, das ist ein Schöpfchen, ich bin mal nicht da, in drei Jahren. Ah, ich helfe dir. Ah, kein Nämlich gekriegt. Was? Das ist richtig cool, find ich das. Oh, Eisenschwert. Willst du das repären? Äh, Eisenschwert, naja, warte mal. Ja, mach mal. Ein Band 3 Eisenschwert hier oben drin. Wo, zeig. Hat aber nur 28 durability, komm mal hier rein. Ach, schade. Na, egal, trotz, soll ich mit? Ja, auf jeden Fall. Soll ich dafür ein Band 1, aber das hat 50 durability, ja, raustun, oder? Ja, sicher. Ja. Dann, äh, benutze jetzt nur noch das Band 3 Schwert, bis es kaputt ist. Aber das ist kaputt, ne? Nicht das andere. Ja, klar, klar. Aber beide haben fast gleich viel. Also hier oben ist jetzt noch ein Band 1 und ein... Zwei Band 1 Triller, weil man richtig wenig capability hier bringt. Willst du vielleicht ein Eisenschwert repären, oder so? Äh, wie viel ist denn da drauf? Oh, Eisenhose. Zeig mal, wie viel ist denn da drauf, auf dem Eisenschwert? Brauchst du eine Eisenhose? Äh, kann ich schaden, aber... Leider nennen. Ach ja, wenn du einen Eisenhelm findest, das könnte ich gebrauchen. Äh, Eisenhelm, okay. Ja. Wie viele Cookies hast du noch? Ich kann mal die Eisenschläge wegwerfen, Bräune. Ich hab jetzt noch 7 Stacks. Ich auch. Nicht gut, ne? Wir müssen aber vielleicht dann... Wir können ja dann Romero gehen. Also diese Stadt ist richtig geil. Ja, klar, kenn ich doch alle, das ist die Hauptstadt. Ich mein ja nur, du hast sie noch nie auf dem Private gesehen. Ja, auf dem Private... Ist die Private anders? Ja, sicher. Also, nein, die Stadt ist nicht anders. Aber da sind nicht so viele, äh, Typen, die wir... Ach stimmt! Jetzt ist ja... Ach ja, das muss ich kurz sagen, wir sind grad auf dem Private-Server. Und außer uns ist jetzt noch ein anderer Typ online. Gar nicht. Guck mal auf die, äh, Leiste. Der ist aufgegangen. Oh, lol. Wir sind die einzigsten Spieler. Wie awesome ist das denn? Wie viele wieder looten können? Oh, ho, ho, ho. Aber irgendwie ist das auch... Also, ich finde, wenn wir nach Süden gehen, sollten wir wieder mit Spielern machen. Weil sonst ist es langweilig, oder? Äh, kommt drauf an. Zumindest immer wieder mal wieder, oder? Ja, ja, klar. Wenn wir Baneting machen wollen, dann gehen wir auf den Links-Server. nur jetzt wollen in der Woche nur jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen noten ich habe auch vor mit dir nach Serbien zu gehen aber das auf dem TV-Server das sei da also auf dem TV der was man es auch nicht Prozent kann man nicht nachgucken welches Menschen man schon hat ich war gerade schlechtes Verschiede schiefen versuchte aber es geht nicht was löscht Stats also also Let's Show Kills Show List Achievements List Achievements was ich geschrieben ne List Achievements Achmas No äh oh Leute wie viele sind das denn ist ja mehr als ich anzeigen kann äh sicher wer hätte ich anzeigen kann äh Skate Secret French blablabla erstmal von also one with the fishes drink 10.000 bottles of water das kann ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren ne ich tricke jetzt einfach die ganze Wasser ich hab ich hab schon 37 Spiele in diesem Leben gequillt ich tricke mal ein paar Wasser einfach schnell ich baue nur 10.000 ja die 10.000 also da ist mit tief und erfüllt egal es kann es ja während dem Spiel machen die Entschuldigung bringen wir sowieso nicht 100 bottles bringt 100 bottles bringt auch schon was 100 bottles schaffen 100 Flaschen bis jetzt trinken helft mir mal oh mein Lieben einfach mit rein du tritts eh im laufe des Spiels zu viel 10.000 Alter warte ich guck nochmal was gibt's hier noch visit 20 visit 20 locations of mine komm rein zum Impigment was komm rein wo ich weiß dass du reinkommst das wär doch klar wirst du niemals so komisch rumgesprungen du bist ja nicht so schlecht du bist nur mit Hexen in der Welt schmeckt gut ne ja hier hab ich Angst zu halten weil ich werd ja schon mal gebannt was er mir natürlich gezeigt hat ab hup Alana kann ich jetzt die Epic Quest bitte lass mich mal die Epic Quest aufmachen nein ich will die ich will nur die Epic Quest nein so nein so nein wenn der was geiles drin ist dann geh ich dir vielleicht auch wenn's aufmachen nein hinter dir ist noch zu mir nein es ist noch nur was drin ah ja dann mach du die Epic Quest auf ja nur wir auch fing auf an hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja wie viel Prozent ist denn jetzt wirklich mal jemand schwert zu finden hier sind Wasservolle Schuhe äh hier sind Eisenschuhe rausholen die nicht äh ne ne ich hab die weggeworfen diese Schuhe ja ich weiß aber ich hab jetzt Fehlervolleinsschuhe ja aber die sind nicht mehr gut erhalten das weiß man ja über die Hälfte nicht über die Hälfte aber 74 zu schnell geht das nicht runter ich würde eigentlich mal mit dabei halten aber das ist voll wohl jetzt nicht mehr ich brauche wieder Kekse ich hab noch 7 Stacks nein 5 Stacks und nein 6 Stacks und wir gehen wenn wir wir gehen wenn wir nur noch 3 Stacks haben aber und die ich überhaupt wohl ist der Ausgang A ich hab nicht ich weiß was ich hab wollten an so ist die jetzt viel schöner mit also noch an 3 St ja dankeschön dass du mich geschlagen hast ja es ist eigentlich gar nichts ich hab mich gekriegt ich sollte jetzt noch mal in den Band 3 Spekt schlagen hat schon gesagt komm heimlich aber allerdings stärker sind jetzt auch nicht also ähm XP ist jetzt auch nicht so gut also man sollte nicht nur auf Erfahrungspunkte spielen warum weil es unnötig ist nein man kriegt für die eigenen Sachen ja nur noch ein bisschen Warten oder ein paar Flaschen Flaschen ja ok ja dumm ist auch egal das ist es ist ein dringend überhaupt gar nichts ich weiß aber ich finde es gut ja wenn wir schon untäglich rumstehen können wir auch jetzt ertrinken oder nicht Mann warte wie viel habe ich bisher boah 18 schon ich hätte mal Lust auch so ein schönes Band 3 Spektoren zu finden oder an die erschwert das Verkauf weil das Event läuft nämlich immer noch ich weiß ich sag's für die Zuschauer das ist zwar nicht am gleichen Tag ist es am nächsten Tag das einfach reinnehmen weg 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 ja ich sehe es gerade wo wo links 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 von dem Haus vorne ja link also außen der ist gerade eben nach links gegangen ich sehe es gerade nicht weil ja weil da hinten links da ich sehe ihn von hier aus komm mal hier runter ich auch der steht da hinten in der Ecke ich sehe es sollen wir snipen mh sind die schnell genau so schnell im Wasser die kleinen Linger ähm die sind auf jeden Fall schnell sollen wir einfach drum herum gehen der sieht uns nicht oder wir müssen ja durchgehen wir gehen auf jeden Fall ne wir killen den aber wir machen das äh in den warte wo ist denn der zum E-Packman der ist links vom Haus nein der ist nicht die Spawn der ist die ganze Zeit schon links vom Haus der ist am Eingang nein da war gerade noch einer am Eingang pass auf doch jetzt sollen wir uns einfach an die Ranken machen die können uns ja nichts tun wenn wir an die Ranken sind ja ja häng du dich an die Ranken ok warte ich hier hin ich sehe mich hier hin boah wie viele Splash brauch ich nicht hab ich hab nur einen wo ist denn der der ist links der ist links in der Ecke nicht im Haus sondern außen vom Haus da ist einer im Haus was da ist einer im Haus hat dich gesehen weiß ich nicht kommt der raus ich glaub nicht ne ich sehe ihn grad nicht oh das hier drin ich hör'n ich warte bis er rauskommt wenn einmal kurze Schiffplatz versagt ist man wahrscheinlich drin oh ich kann den Dauerschiff drück machen warte wenn ich jetzt äh die Windows-Taste hier drücke ne alt war das ne wenn ich jetzt alt drücke ja dann bist du Dauerschiff aber lass es warum weil du dann runter kommst ja in der Zeit wo ich äh alt meine habe meinst du ja warte das mach ich trotzdem bin ich überhaupt nicht aber jetzt da aus Schiff kommt ich komm dann zu dir in die Lian ist er hinter mir ja ich bin also ne wieso nicht komm ich mach die Ausschrift aus ja mach mal lieber wo ist denn er guck mal raus der ist drinnen soll ich den holen warte ich ich hör den gehen wir können natürlich auch kurz abschießen dann wegrennen weil die Mini so ein bisschen schneller die dann schneller banns oh soll ich gleich mit dem Eisensperr drauf oder mit dem Bann ne gar nicht drauf also direkt drauf sowieso nicht nein ich meine hier hier unten runterschlagen meine ich das ist eigentlich ja wir kriegen so oder so kein Damage ok trotzdem nötig ran bei drei Spät weil du gesagt hast ich soll das benutzen ja damit du äh nicht ich hör den Zombie Pigman nicht mehr warte ich geh mal kurz gucken ich hör hab ihn grad noch gehört wo ist denn der andere Zombie Pigman der ist außen links an der Wand an der Mauer soll ich mal kommen ne komm mal drauf kurz achso ist der noch da oder ist der dies geworden weiß ich nicht im Wasser kann man das besser sehen Wasser weg ich glaube der linke Zombie Pigman ist die Spont warte mal was sehe ich denn da um ne das ist nur als ich dachte ich ich würde einen Zombie Pigman sehen da ich glaube der der ist nicht die Spont ne nicht rein gehen nicht rein gehen ne aber ich seh den Einzelbüten gar nicht wo bist du überhaupt hier hä wo ach da unten der ist in dem Keller was häng dich an die Learen häng dich an die Learen häng dich an die Learen also hier rechts meinst du wieder ne ja damit ich weiß wohin ich laufen muss er kommt die Learen die Learen ja wenn man das so kontrolliert macht dann ist auch Das ist auch easy.